Hi Olli! Hi Sven! Hi Udo! Moin Sven! Was kochen wir denn heute? Ja, heute gab es bei uns... Ente, 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 Ent Es sind mehrere Sommer jetzt gedauert, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, Kulinarikast, der Podcast rund ums Kochen. Bei mir dabei heute ist der... Der Oliver. Der Hallmann, der die bessere Hälfte des Kulinarikast. Und der Udo Sauer vom Fernsehmüll. Und neuerdings auch Einwohner von... Puerto Partida. Genau. Hast du schon Hallo gesagt? Hallo doch, ja. Genau, ja, von mir. Ja, wir haben uns getroffen, weil wir gesagt haben, Mensch, Udo hatte mich gefragt, Sven, sag mal, Ente. Da sag ich, ja, was damit? Sagt er, ja, wie machen wir die? Dann hab ich das so kurz bei Twitter, oder WhatsApp, ich glaube WhatsApp, haben wir dann darüber geschnackt. Und dann hab ich auf Twitter, hab ich mir so gedacht und dann auf Twitter geschrieben, Mensch, zählen ist ja doof. Udo habe ich lange nicht gesehen. Loggst ihn mal hier hin, indem du sagst, so, wenn der Udo vorbeikommt und wir zusammen Ente machen, machen wir auch endlich wieder. Und eine neue Folge Kulinarik hast. Und genau darum geht es heute um Entenbrust. Also wir haben Barbary Entenbrust gemacht. Magst du mal so erzählen, was wir heute überhaupt insgesamt gekocht haben? Ja, also es gab zu der Ente dazu, selbstgemachte Kroketten, dann haben wir ein Süßchen gemacht, auf Basis von Orangensaft und noch ein paar anderen Sachen, kommen wir gleich dazu. Und die Entenbrust. Und? Rotkohl. Achso, Rotkohl, ja, natürlich. Rotkohl, ganz vergessen. Genau, und leckeren Rotkohl. Genau. Und, ähm, was, was hat dir da so am besten gefallen von? Äh, alles. Es war alles drei der Hammer. Also die Ente war super, die Kroketten waren noch superer. Vier, ja, die Soße ist vier. Ja, alle vier Sachen meine ich natürlich. Soße ist ja, äh, ja, ohne Soße ist ja doof mit Kroketten. Ja, vor allem Kroketten. Nee, es war alles der Buller, also die Kroketten waren genau richtig, die Ente war genau richtig. Also die ersten vier Kroketten waren natürlich nicht gut. Ja, ja, das. Fett, viel zu heiß. Genau, aber die Soße war super. Rotkohl war auch fantastisch, also gar nicht vergleichbar mit dem Zeug, was man sonst so aus dem Glas kennt. Was war da anders? Es war knackiger, also es hatte noch ein bisschen Biss, weil es halt frisch war und es war auch besser gewürzt. Was, was sagst du dazu? Was hat dir, Olli, heute an dem Ganzen so gefallen? Was war nicht so ein Ding? Mir hat auch alles gut gefallen. Also, ähm, ja, die Kroketten kannte ich ja schon. Da hatten wir, glaube ich, mal eine Folge drüber gemacht oder ein Video auch drauf. Ich glaube, wir haben beides gemacht, weil dieses Rollen der Kroketten ist ja, das ist ein bisschen schwierig, audio-mäßig rüberzubringen. Genau, also die kannte ich ja schon und da habe ich mich dann auch drüber gefreut, das mal wieder zu essen. Ich meine, ich kann auch selber Kroketten machen, aber... Man macht es nicht so oft, ne? Man macht es nicht, ja, dann macht man das schon mal. Ja, und Ente habe ich, glaube ich, dieses Jahr auch noch gar nicht gegessen. Und, äh, ja, Rotkohl mag ich auch. Soße war auch super. Ja, es war nur Orangensauce. Du sagtest das eben, Udo, wir haben das auf Basis von Orangensaft gemacht. Gut, sagt man eigentlich nicht, weil die Basis an und für sich war ja der Fond. Ja gut, ja, aber damit hast du angefangen, sagen wir es mal so. Das stimmt. Magst du mal erklären, wie wir die Soße gekocht haben? Also es fing damit an, dass du eine Flasche Orangensaft halb entleert hast in einen Topf und das dann zum Kochen gebracht hast. Und dadurch verdunst du dann das Wasser und der Geschmack bleibt drin. Dann hast du zwei Fonds draufgekippt. In diesem Fall war es ein Kalbs, nee, Kalb. Ja, ja. Ein Kalbsfond und ein Hühnerfond. Man könnte auch einen Magänsefond, hast du, habe ich gesagt, nehmen? Du kannst auch einen Entfond nehmen, genau. Oder einen Entfond, also Hauptsache bringt Geschmack. Dann kam noch dazu, lass mich überlegen, ich habe schon wieder vergessen, dann hast du es gekocht. Zum Schluss, zum Andicken kam noch Stärke dazu und Sahne. Aber nur ein Schuss Sahne. Schuss Sahne, genau. Ein bisschen. Ein bisschen anzudicken. Irgendwas war noch drin. Da musst du jetzt einspringen und mir sagen, was noch drin war. Was habe ich denn noch reingemacht? Der Loch war das ausgebratene Fett von der Ente. Ja, wobei, das Fett habe ich in den Rotkohl gemacht und nachher in die Soße habe ich ja dann fast nur den Saft, der unweigerlich aus der Entenbrust rauskommt, dann mit reingemacht. Dadurch kommt natürlich auch nochmal Salz in die Soße, also die musst du schon ein bisschen salzen. Den Fond habe ich auch ein bisschen einkochen lassen, weil wie du sagtest, das Wasser verkocht und das, was im Topf bleibt, ist halt der Geschmack. Und du willst halt, eine Soße soll halt kräftig sein, die braucht nicht so viel Flüssigkeit zu sein. Es ist ja keine Suppe. Und wir hatten jetzt Kroketten, da brauchst du natürlich schon verhältnismäßig viel Soße und nur der Bratensaft von der Entenbrust, der reicht dafür halt nicht. Aber den dann mit rein, um dieses typische Entenaroma dann noch mit reinzubekommen. Und weil der Fond halt komplett degressiert war, das heißt, das Fett war komplett runter. Eigentlich willst du da ja auch nicht, wer weiß, wie viel Fett drin haben. Aber ich habe dann ein bisschen Gänseschmalz mit reingemacht, so eine Messerspitze, das hatte ich noch da. Einfach, um dann noch so ein bisschen diesen Geflügelcharakter mit reinzubekommen. Ja, das Ganze angedickt mit Speisestärke, die Speisestärke halt mit Kaltwasser angerührt, mit dem Finger einfach durchgegangen, dass da keine Klumpen sind. Mit der Gabel fühlst du das nicht, dann hast du nachher Klumpen drin und dann kannst du auch Persa nehmen. Und hast halt diese Stückchen mit einer roten Grütze, aber das wollen wir ja nicht in der Soße. Und ja, das war es für die Soße. Also schön herbes, fruchtiges Orangenaroma. Aber nicht so, dass es alles nur nach Orange schmeckt. Du hattest da ja mal... Genau, ich hatte, als ich die Ente bei mir testweise mal gemacht habe, weil ich einfach mal gucken wollte, wie das geht und ob ich das alles so hinkriege, hatte ich ein Rezept gefunden, eigentlich für Entenkeulen und da war dann als Soße einfach eine ganz super simple Soße. Das war einfach nur Orangensaftzucker. Und das dann eingekocht, sonst nichts. Und die wäre ein bisschen zu einfach gewesen wahrscheinlich. Also die, sagst du auch, passt eher zu Eis oder Nachtisch oder Süßspeise? Ja, genau. Schokoladentörtchen. Total super Schokolade und Orange. Aber nur Orange mit Zucker eingekocht als Soße für irgendwas Fleisch. Das ist ja... Da fehlt ja ganz viel. Also ich finde, da musst du wenigstens noch irgendwie einen Weißwein mit reinmachen. Das auch schön einkochen lassen. Ein Stückchen Butter, um das Ganze abzubinden. Und halt auch, um Aroma zu geben. Und was ich da auch ganz schick finde, ist irgendwie eine milchige Säure. Also zum Beispiel ein bisschen Schmand, ein bisschen Sauerrahm einfach, um Fett an die Soße zu kriegen. Was ja auch nochmal ein Geschmacksträger ist. Und um das Ganze so ein bisschen im Mund geschmeidig zu kriegen. Weil sonst kannst du auch einfach Ursaft trinken. Das ist ja fast das Gleiche dann. Was hatten wir noch dazu? Wir hatten die Kroketten, das haben wir ja schon als Video gemacht. Ich würde sagen, wir besprechen es trotzdem einmal kurz. Redundanz ist ja immer sehr gut, gerade auch um Sachen zu lernen. Wenn man das schon mal gehört hat und dann hört man es nochmal, dann kann man zwar sagen, ja ich wusste das ja vorher schon, aber der Mensch lernt ja dadurch, dass er Sachen wiederholt. Und also würde ich sagen, Oliver, erzähl du uns doch einmal das, was du noch weißt, wie man Kroketten macht. Ja, das ist schon lange her. Bei der Vorbereitung war ich ja nicht dabei, sondern das hat es ja schon fertig gemacht. Also was ich noch weiß, es sind halt Kartoffeln gekocht, Stampfkartoffeln. Muskatnuss kommt mit rein und Salz, wird abgeschmeckt. Ja, und dann wird das Ganze halt zu einem Teig geknetet, ausgerollt und auf die Krokettenrollgröße abgeschnitten. Und dann wird es noch paniert. Ja. Muss da vorher noch irgendwas dran, Mehl oder sowas? Eigelbpasta. Eigelb. Im Teig noch. Also prinzipiell alles richtig. Bis auf das Eigelb. Ja, ein paar Feinheiten sind da halt noch. Also als erstes Mal, wir haben vorwiegend festkochende Kartoffeln genommen. Äh, mehligkochende nehme ich nicht, weil die habe ich eigentlich normalerweise auch nicht da. So ein vorwiegend festkochende ist so die Superkartoffel für alles, außer für Breitkartoffeln. Dann nehme ich dann auch am liebsten festkochende, damit es in der Pfanne nicht so kaputt geht. Aber vorwiegend festkochende kannst du im Prinzip dann auch schon für alles andere nehmen. Und der Vorteil von vorwiegend festkochenden Kartoffeln ist halt, dass die, ähm, die sind halt gut für Massen, weil du sie sehr, sehr, ähm, ja, was heißt fein stampfen, ähm, die sind halt, ja, die sind halt nicht so fest für eine festkochende. Eine festkochende kannst du gut in Scheiben schneiden, die bricht dir nicht so schnell auseinander, die hat halt wenig Stärke. Eine vorwiegend festkochende hat mehr Stärke und wenn du dann in eine mehligkochende gehst, mehlig kochen kann man sich so merken, ist halt viel Stärke dran. Die bröselt halt schnell, die ist halt super, wenn du eh die Kartoffeln nachher kaputt machen willst, wie für ein Kartoffelpüree oder halt auch für Kroketten, ähnliche Kartoffelmassen. Die haben wir geschält, die haben wir abgewaschen, dass wir möglichst nicht so viel Stärke drin haben, dann haben wir sie gekocht, dann haben wir sie abgegossen und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den man nicht vergessen darf, abdampfen. Das heißt, die Platte vielleicht aus, hat ja immer noch ein bisschen Wärme gespeichert, den Topf ohne Deckel nochmal wieder draufstellen, dass das Ganze wirklich dampft, damit möglichst viel Feuchtigkeit rauskommt, ja, die Platte kannst du ausmachen, einfach damit die Kartoffel unten nicht festbrennt. Dann haben wir, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kartoffeln das waren, das war, ich glaube, was ist in so einem Netz, zweieinhalb Kilo? Ja, der Topf war mit zwei Schichten Kartoffelstückchen bedeckt, erinnere ich mich noch, aber lass es mal so zehn, zwölf Kartoffeln gewesen sein. Ja, ordentlich große. Also wir haben halt zwei Eigelb genommen, die habe ich vorher schon in ein Schüsselchen geschnitten, beziehungsweise du hast es getrennt? Ich habe die Eier getrennt, Udo. Erst auseinander und dann auseinander. Das ist auch ein Witz, den kann man mit Worten nicht beschreiben, der toppt alles. Jedenfalls, was wir nicht drin haben wollen in der Kartoffelmasse ist Eiweiß. Eiweiß macht die Kartoffelmasse nämlich weich, ja, und das Eigelb, das macht sie fest. Also das bindet sie. Und ganz wichtig ist halt abdampfen, dann runter von der Flamme, das Eigelb auf die Kartoffeln und gleich durchdampfen und dann anschließend nicht Ewigkeiten hier jetzt rumrühren oder so, sondern einmal kurz durchrühren. Denn die Masse soll nicht verklumpen, also wenn du Kartoffelmasse jetzt ewig durchrührst oder zum Beispiel im schlimmsten Fall, das habe ich mal im Urlaub gemacht, weil ich nichts anderes da hatte, mit so einer Küchenmaschine mixen, dann wird das halt kittig. Also da kannst du wirklich Fenster quasi mit einkitten. Das wollen wir nicht, wir wollen ja eine lockere Masse und vor allen Dingen müssen wir diese Masse jetzt möglichst heiß verarbeiten. Denn in der Kartoffel, da ist Stärke drin. Wenn die kalt wird, dann bindet die ab, das heißt dann wird die Krokette fest. Das wollen wir aber erst haben, wenn wir die Krokette geformt haben, weil wenn du so kalte Krokette formst, die bindet nicht mehr, die bröselt einfach auseinander. Ja, so. Und dann mehlst du die Arbeitsfläche. Das Mehl ist nur dafür da, dass die Kartoffel nicht auf der Arbeitsfläche kleben bleibt und dann wird das ausgerollt. Und weil das Ausrollen wirklich schwierig per Hand, also per Audio zu beschreiben ist, guckt euch einmal das Video an, dann seht ihr das. Das ist ganz, ganz simpel. Je öfter man das übt, desto besser läuft das Hornhaut. Sagtest du ja vorhin auch, ne? Ja, genau. Beim ersten Mal habe ich bestimmt, mich erinnert, dass man die heiße Masse wieder in den Topf schmeißen kann, wenn es nicht geklappt hat. Das habe ich bestimmt vier, fünf Mal gemacht. Und irgendwann hatte ich dann raus, der Trick ist wirklich, nicht draufdrücken. Eindrücken, genau. Weil das ist halt eine feine Masse. Das ist jetzt nicht wie gekochter Kartoffelkloß. Der ist ja gummiartig, also bietet Widerstand, sondern die Masse kannst du wirklich ganz leicht eindrücken. Und was du willst, ist die einfach wirklich nur rund ausrollen und zwar so, dass sie heile bleibt. Genau. Und was ganz gut war, wo ich erst dachte, oh Gott, Sven macht die so dick. Also die waren wirklich zweieinhalb, drei Zentimeter dick, die Kroketten. Und ich dachte, oh, die werden ja dann bestimmt total gar nicht gar drin und so, aber war perfekt. Gar nicht gar, ne? Naja, die sind ja schon gar. Ja, die sind ja gekocht, aber dass sie kalt sind. Die waren ja nur kurz in der Fritteuse, ein paar Minuten. Aber das ist eine gute dicke. Also lieber eine Krokette ein bisschen dicker machen, als die aus dem Beutel. Das ist noch besser. Ja. Ja, wir haben sie ausgerollt und ganz wichtig ist dann gleich auf Portionsgröße schneiden. Denn dann hat man die Enden übrig. Die Enden sind halt nicht ganz ordentlich geformt. Die will man abschneiden. Die schmeißt du wieder in den Topf, rührst du es einmal schnell durch und dann kannst du es nochmal neu ausrollen. Das heißt, du hast nachher keine Masse, die du wirklich wegschmeißen musst. Wie gesagt, das funktioniert halt nicht, wenn es kalt ist. Das Kartoffelwasser haben wir natürlich gesalzen vorm Kochen, aber bevor man die Kartoffelmasse dann ausrollt, muss man sie natürlich abschmecken. Habe ich jetzt in der Reihenfolge zwar vergessen zu erzählen, aber ein bisschen Salz muss meist noch dran und frisch geriebene Muskatnuss. Das ist ja, das sagtest du heute auch, das wäre heute. Ja, also die haben, die Masse hat halt richtig, richtig gut geschmeckt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es einfach nur eine andere Kartoffelsorte war, aber wenn ich die gemacht habe, haben die auch super geschmeckt, weil die auch schön perniert waren und so. Aber heute war da irgendwie so ein Aroma drin. Ich weiß nicht, ob es einfach die Muskatnuss war. Also ich habe auch Muskatnuss reingemacht, aber vielleicht zu wenig. Ja, oder vielleicht war es wirklich die Kartoffelsorte. Oder es war die Kartoffelsorte, genau. Das weiß ich leider nicht mehr, was ich da hatte. Ja, ich achte da auch nicht drauf, weil alles, was ich hier kaufe, ist gut. Also kann ich mich nicht beschweren. Aber es gibt wirklich echt Unterschiede, was das angeht. Du kannst wirklich, also wirklich geile Kartoffeln kriegen. Muss mal rumprobieren ein bisschen. Ja, dann anschließend, also wir haben die Kartoffeln gekocht, wir haben sie abgegossen, wir haben sie abgedampft, wir haben sie gestampft, wir haben das Eigelb dazu gemacht. Wir haben ein bisschen Salz und ein bisschen Muskat, je nachdem, was noch dran muss. Wir haben sie ordentlich durchgerührt, dass sich das einmal verbindet und eine homogene Masse ergibt. Dann haben wir es auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausgerollt. Dann haben wir es geschnitten, die Masse, dass wir halt die Portionsgrößen haben, haben den Rest auch nochmal durchgerührt, kurz. Wie gesagt, am besten in den Topf zurückgeben, weil der hat ja noch Wärme gespeichert. Haben das auch ausgerollt und dann lassen wir die liegen. Warum machen wir das? Was soll da passieren? Keine Ahnung, damit sie fest werden, damit sie kalt werden, fest werden. Genau. Und dann kann man sie auch vernünftig panieren. Das durfte Udo heute machen. Genau. Und man braucht sie nicht mit Mehl einreiben, weil das ist kein Stück Fleisch. Das wollte ich dann erst so aus Reimreflex, weil ich dann so viele Schnitzel in letzter Zeit gemacht habe, machen, aber das ist Quatsch. Also direkt Eigelb und dann schön Perniermehl. Eiweiß. Eiweiß meine ich natürlich, dann schön Perniermehl vom Bäcker und alles ist super. Du obersteuerst sie mich, habe ich das? Okay, dann ist das nur bei mir. Alles gut. Jedenfalls, genau, du brauchst halt kein Mehl. Kein Mehl und wir haben ja vorher für die Krokettenmasse, habe ich ja gesagt, nehmen wir nur das Eigelb, weil das Eiweiß die Masse halt wirklich matschig macht, aber das Eiweiß kann man super mit, ich sag mal so die Hälfte an Wasser zusätzlich reingeben, ordentlich durchrühren und das dann halt zum Panieren geben. Das Eiweiß reicht ja, um das zu binden, den Geschmack vom Eigelb haben wir eh in der Krokette, da müssen wir jetzt nicht noch ein ganzes Ei irgendwie mit rein machen. Und ganz wichtig beim Panieren sind zwei Sachen, Udo, welche? Dass man die Panade ordentlich andrückt. Noch was? Frisches Perniermehl. Achso ja, frisches Perniermehl vom Bäcker. Wirklich Perniermehl vom Bäcker oder aus alten Brötchen. Genau. Das muss jetzt nicht frisch sein, das kann auch ein paar Tage alt sein, das ist egal, aber bitte nicht dieses Katzenstreuranulat. Da kann man Glück haben, ich hatte mal Glück, das war dann gut. Und es war keins da? Nee, es war, also ich hab mal Supermarkt-Test-weise gekauft, das Problem ist auch, was ich dann hatte, in dieser Supermarkt-Packung ist so viel drin, wenn du es dann stehen lässt, zieht es so viel Feuchtigkeit, dass beim zweiten Mal, wenn du es brauchst, dann kannst du es nämlich tatsächlich vergessen. Dann musst du es halt in eine... Oder du musst es einschweißen oder in eine Tupperdose... Nee, in so ein Vakuum, weißt du hier, was du sagtest, die Plastikdosen mit Gummiband zum Zubbocken. Ja, die man so zuglitten kann, ja genau, dann wäre es wahrscheinlich, aber wenn man es nur in der Pappschachtel stehen lässt, das geht schief. Ja, aber am besten das vom Bäcker, das ist nicht teuer, irgendwie eins, zwei Euro. Und das macht ganz viel aus, auch beim Schnitzel ja auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, und anschließend werden die dann halt nachher einfach nur frittiert und das war's. Ich habe da auch schon öfters das Feedback bekommen und das habe ich auch in der Lehre gelernt. Am besten Kroketten einen Tag vorher machen, weil sie sonst dazu neigen, beim Frittieren in der Fritteuse zu zerfallen. Oder was auch passieren kann, ist, dass sie komplett auseinanderbröseln, ja. Ja, wenn euch das passiert, probiert es mal mit einem Eigelb mehr. Und vor allen Dingen abdampfen. Also abdampfen ist wirklich das A und O, was da an Feuchtigkeit drin ist. Die muss dann ja auch noch gebunden werden von der Kartoffel und dann bleibt halt nicht mehr genug, um sich selbst zusammenzuhalten. Also mir ist heute nix beim Frittieren zerfallen. Nee, ne, das war wirklich super. Super. Und es ist auch nicht souffliert, das heißt, da ist nicht die Panade aufgegangen, so wie beim Schnitzel. Mag auch daran liegen, dass wir kein Eigelb drin hatten. Ja. Dass wir wirklich nur das Eiweiß nehmen. Also da gibt es halt so ein paar Schrauben, da kann man das gerne mal ausprobieren. Ansonsten, was sagt ihr so im Vergleich von Fertig-Kroketten zu diesen selbstgemachten? Kann man ja kaum vergleichen, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich hab das einmal auch zu Hause gemacht und hab das dann meiner Mutti gegeben und die war ganz begeistert. Weil die macht seit, oder machte damals seit Jahrzehnten nur die Tiefkühldinger. Zum Schluss sogar nur noch mit dem Backofen-Kroketten und ja, die kann das zwar alles auch, aber es ist natürlich zu viel Arbeit. Und die war dann ganz begeistert, dass ich das dann auch mal gemacht habe und dass wir das dann zusammen essen konnten. Und ich weiß noch, da hab ich sie, irgendwann rund um die Kroketten-Sendung war das auf jeden Fall. Da hab ich dann nochmal welche gemacht mit Spinat und Hackfleisch drin, in der Kartoffelmasse. Die hab ich dir dann auch noch mitgebracht zu Firma. Wir sind dann glaube ich in der Stadt irgendwie, das kann man auch als Gericht machen. Also da einfach irgendwie noch was reinmachen. Dann sind zwar keine klassischen Kartoffel-Kroketten mehr, aber hey, es geht ja hier nicht um Klassik, es geht halt um gutes Essen. Ich sag mal, da kannst du, wie gesagt, angebratenes Fleisch machen. Also hier gehacktes oder Speck, ja schön ausgelassen, Zwiebeln, Kräuter, ein Hartkäse schön gerieben, auch sehr lecker. Es gibt auch eine klassische Kartoffel-Beilage, Pomme-Lorette, wenn ich mich nicht irre. Die sind mit Brandteig und mit geriebenem Hartkäse drin. Auch sehr, sehr lecker. Kannst halt auch eine Kartoffel-Kroketten machen. Einfach ein schönes Stück Parmesan oder so in die Kartoffelmasse reinreiben. Nicht zu viel, es soll halt nur einen Geschmack abgeben. Oder was du sagtest, Udo, Trüffel ist mit Sicherheit auch eine sehr schöne Geschichte. Oder halt als vegetarisches Essen, ein bisschen Spinat, ein bisschen Schafskäse, dann vielleicht mit der Masse ummanteln, kann man auch wunderbar machen. Dann wird es nur problematisch mit dem Ei. Wieso? Was vegetarisch ist? Nein, vegan. Nee, vegetarisch. Vegetarisch. Okay. Gut, wer jetzt kein Ei isst, wird schwierig bei Kartoffeln. Ja. Aber dann kannst du auch einen leckeren Kartoffelpüree essen. Ja. Schön mit Lauchzwiebeln. Ein bisschen, na ja gut, Butter fällt ja auch weg. Das hat alles keine Zukunft. Es gibt so ein Öl, was nach Butter schmeckt, aber wo keine Butter drin ist. Albaöl. Genau. Ja. Für den Veganer? Ja, der hat es ja. Ja, genau. Er ist auch schweineteuer. Gut, aber kommen wir davon weg. Wir haben dann noch ganz klassisch Rotkohl gemacht. Der war lecker. Ich liebe Rotkohl zu Frikadellen zum Beispiel. Schön Stampfkartoffeln. Frische Frikadellen, doch schön mit einer Soße. Rotkohl dazu ordentlich. Ich habe meinen Rotkohl immer im Döner drin. Als Salat, ne? Ja, wir haben ja auch erst Rotkohl-Salat gemacht. Also im Grunde genommen ist es so, du machst einen Salat davon. Ohne das Fett. Ja, weil das Fett verhindert ja, dass die Säure und das alles an das Gemüse rankommt. Und der soll ja erstmal marinieren. Und anschließend kochst du daraus dann ja eigentlich den Rotkohl. Also das heißt, du nimmst... Wir haben einen Kopf gekauft heute. Ich fand, der war relativ teuer noch. Wäre eigentlich schon günstiger sein können. Aber egal. Was haben wir gemacht? Wir haben die Außenblätter abgemacht. Die sind immer nicht so schick. Und dann sparst du dir halt einfach das Putzen. Und da sind, wenn dann bei Kohl auch die meisten Schadstoffe dran. Gerade wir sind zum Beispiel, ja. Sehr große Oberfläche, Außenblätter abmachen. Alles gut. Dann vierteln. Und dann siehst du genau, wo der Strunk ist. Und den kannst du halt wegschneiden, weil den willst du nicht mitessen. Packst du weg. und schneidest dann den Rotkohl. Entweder schneidest du ihn per Hand, wenn du es kannst. Möglichst fein. Das ist der Clou dabei. Du kannst es ansonsten auch mit einer Küchenmaschine machen. Oder, was halt auch sehr klassisch ist, mit einer Reibe. Es gibt wirklich große Kohlreiben. Die brauchst du zu Hause nicht. Aber so eine Handreibe, das ist schon ganz gut. Weil das macht auch nicht wirklich Spaß, den zu essen, wenn der zu dick geschnitten ist. Ja, dafür kaufst du es richtig aus. So einen dicken Kohlstrunk rum willst du nicht. Du kannst dir natürlich auch sonst TK kaufen. Das heißt, einfach geschnittenen Rotkohl. Ja, da ist dann vielleicht noch Apfel mit drin. Aber das war es auch. Das haben wir in der Gastronomie dann viel gemacht. Weil du einfach dir die Arbeit damit sparst, das Zeug zu schneiden. Aber du arbeitest im Grunde genommen genau wie mit einem frischen Rotkohl damit. Das heißt, da kommen dann die ganzen Sachen ran. Wie zum Beispiel Essig. Du machst Essig mit dran, du machst Salz mit dran, du machst Zucker mit dran, du machst Apfel mit dran. Wir haben heute Apfelkompott genommen. Du kannst dann Apfel nehmen, was du willst. Was auch sehr schön ist, wenn man gerade keinen Apfel da hat, ist einfach ein bisschen Apfelsaft einkochen. Ich mache das im Alltag zum Beispiel, wenn ich ein Glas koche, ich koche Apfelsaft ein, dann kommt der Rotkohl da drauf, den mache ich heiß und schmecke den eventuell ab. Wenn ich ein bisschen Schmalz zum Beispiel im Kühlschrank, habe ich mal ein bisschen Schmalz mit dran. Das ist einfach einen echt schönen Glanz, gibt einen schönen Geschmack, ein schönes Aroma. Ja, Fett hebt sowieso einfach nochmal den Geschmack hervor. Das ist wie, ach ich weiß nicht, wenn man sich an eine Frau ankuschelt und der Duft des Parfüms so rüberkommt und die Wärme, das ist bei Rotkohl halt… Hast du jetzt gerade eine Frau mit Rotkohl verglichen? Nein, nein, nein. Mit dem Fett vom Rotkohl. Achso, nein, nein. Ich habe den Effekt bildlich versucht darzustellen, den, die es ein bisschen Schmalz auf den Rotkohl hat, das ist wie das Parfüm einer Frau. Die Frau ist schon toll. Das Parfüm ist halt einfach nochmal so, das i-Tüpfelchen da drauf. Ich habe keine Frau mit Rotkohl verglichen, also bitte. Aber erstmal machst du den Rotkohl an, ne? Erstmal, es ist ja wie mit einer Frau, erstmal musst du es anmachen, bevor du weiterkommst. Ich wollte das weiterführen. Also die Sachen kommen an den Rotkohl ran und dann wird der richtig schön durchgeknetet, weil was du willst, ist die Konsistenz weichkriegen. Aber auch schon mit dem Fett, mit dem Schmalz? Nein, nein, das Schmalz tue ich ja erst beim Kochen ran. Genau. Das heißt, ich knete den durch, das Fett soll ja jetzt noch nicht ran, weil das Fett ja verhindert, dass die Säure, das ist der Zucker, dass das Salz an den Rotkohl kommt und das Ganze dann halt mariniert. Wenn du einen Salat machst, machst du das Öl auch ganz zum Schluss ran, weil das Öl halt den Salat ja versiegelt. Und wenn da vorher nicht das Rassing angekommen ist, kann der halt nicht marinieren. Du knetest den halt richtig schön durch, einfach um die Struktur aufzulockern, dass der noch besser mariniert. Dann braucht er auch nicht so lange kochen und du musst ihn ja auch probieren. Du musst das ja schon mal abschmecken. Dann lässt du den stehen, das kannst du auch sehr gut vorbereiten. Also ich mache zum Beispiel immer einen großen, einen richtig großen Pott Rotkohl einmal im Jahr. Den koche ich, das Ganze den Tag vorher marinieren lassen und dann friere ich das ein. So, dann habe ich diese ganze Arbeit einmal im Jahr und kann immer schön Rotkohl dann essen. Machst du da auch schon Gewürze dran, so Lorbeerblatt und Kümmel? Nee, Kümmel sowieso nicht. Es kommen klassischerweise Nelken mit dran, es kommen Lorbeeren mit dran, es kommen Wacholderbeeren mit dran, die waren heute nicht mit dran. Das Ganze kannst du zwar da schon mit dran machen, damit es in der Vorbereitung da steht, aber es hat keinen Effekt, weil wirklich marinieren tut das dann da nicht großartig drin und du willst das mitkochen. Und im Idealfall hast du so ein Tee-Ei zum Beispiel, wo du das reintust, einfach damit du diese harten Sachen nachher rausholen kannst. Oder du hast, das haben aber wahrscheinlich die wenigsten, ich habe es auch nicht, so ein Stück Küchenlein, wo du das halt reintust, den zubindest, mit reintust und dann kannst du es nachher auch wieder rausholen. Also so ein Tee-Ei ist einfach die einfachste. Oder es gibt ja auch so Teebeutel, die du selber befüllen kannst, oder? Ich glaube, die halten im Kochprozess da nicht lange auf Stand. Achso, ja okay, stimmt. Ja, die kochen ja richtig. Vor allen Dingen, du kochst und du rührst ja auch um. Ja, ja, okay. Und ich glaube, dann kannst du es besser weglassen. Das gebe ich erst zum Kochen mit rein, da laugt es dann halt erst richtig aus. Also ich habe den mariniert, was auch cool ist, das habe ich dir vorhin gezeigt, Udo, du siehst ja richtig, wie der die Farbe wechselt, wie so ein Stück Lackmuspapier. Wenn die Säure da raufkommt. Wie lange musst du denn mindestens marinieren? Na, ich würde auf jeden Fall eine Stunde. Wie gesagt, wenn du sowas frisch kochst, dann kannst du es am besten einen Tag vorher schon, stellst es in den Kühlschrank oder in den Keller, es ist kalt genug. So schnell wird das jetzt auch nicht schlecht. Ist ja auch Säure dran, hält dann, schützt das Ganze ja auch. Und dann Zwiebeln schneiden, ich schneide es auf feine Streifen, dann kommt Schmalz in die Pfanne. Oder was wir heute hätten auch gut machen können, wir haben ja die Entenbrust vorher geputzt. Ja, stimmt, das Entenfett. Genau, wir haben überstehendes Fett abgeschnitten. Kommen wir später drauf, warum wir das gemacht haben. Und das hätte ich da halt gut auslassen können, habe ich aber nicht dran gedacht. Wir haben die Enten nachher erst geputzt. Dann kannst du das nämlich schön auslassen, hast dann gleich schon so ein bisschen Entenfett mit drin. Dann gibst du Schmalz dazu, das ausgebratene kannst du entweder rausnehmen oder schneidest es vorher auf kleine Würfel. Dann brät sich das so weit aus, dass du dann nachher nicht irgendwelche Glibberstücke drin hast. Da drin schwitzt du die Zwiebeln an, brätst du die möglichst glasig, nicht Farbe kriegen lassen. Und dann kommt der Rotkohl da drauf, der marinierte. Typischerweise kippst du dann auch noch einen ordentlichen Schluck Rotwein drauf. Haben wir nicht gemacht. A, habe ich keinen Rotwein da. B, sollte ein Kind und eine Schwangere mit essen. Und dann lässt er am besten den Alkohol einfach weg. Ja, dann haben wir das Ganze kochen lassen. Richtig schön Hitze draufgegeben, dass möglichst schon Wasserdampf entsteht, damit der zusammenfällt. Ich habe noch ein bisschen Wasser hinzugegeben, weil einfach durch das Marinieren noch nicht genug Flüssigkeit da war, dass wir da drin hätten kochen können. Zwischendurch umgerührt. Und haben dann noch abgeschmeckt mit, ein bisschen Zimt haben wir rangemacht. Wir haben im Großteil des Rotkohls nachher, leider zu spät, ich habe es ein bisschen vergessen, die Sultaninen mit reingemacht. Du kannst halt auch schön Rosinen oder Weinbeeren, das sind dann noch größere, die sind dann nicht so ganz getrocknete, Rosinen mit reinmachen. Du kannst Preiselbeeren mit reinmachen, um das halt süß zu kriegen. Du kannst da wirklich viel ausprobieren. Was ich auch sehr gerne mag, ist ein bisschen Bauchspeckwürfel, hier Baconwürfel, aber nicht der Frühstücksspeck, der ist ja sehr dünn geschnitten. Sondern wirklich so ein Bauch auf Streifen, das ein bisschen knusprig mit anbraten, ist sehr schön, gerade auch so für ein herzhaftes Mittagessen wie mit Frikadellen. Du kannst, wenn du nicht viele verschiedene Gewürze kaufen willst, kannst du auch so ein Lebkuchengewürz einfach nehmen und das dran machen. Ich habe auch zu Rotkohl mal ein Video gemacht und da habe ich dann überlegt, wie können denn die Leute das jetzt nachkochen, ohne sich die ganzen Lorbeeren, Elken, Piment, bla 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 kaufen zu müssen. Und das gibt es halt so als irgendwie 5 oder 10 Gramm Fertigmischung, wo wirklich nur Gewürze drin sind. Ja, gibt es für einen Euro zu kaufen, da kannst du einen riesen Punkt mit Rotkohl kochen und hast gleich nochmal dieses typisch weihnachtliche Aroma in der Luft und natürlich auch im Essen mit drin. Das ist eine sehr einfache Sache. Und nachdem der dann soweit gekocht war, habe ich den Rotkohl in der Mitte so ein bisschen an die Seite geschoben, dass ich da unten die Flüssigkeit hatte und habe das Ganze dann auch einfach mit Speisestärke abgebunden, wie die Soße auch. Das gibt dann so einen schönen Glanz, gerade auch in Verbindung mit dem Schmalz. Du willst halt nicht so einen matten Rotkohl so voll der Schlaffi von langweilig auf dem Teller haben, sondern der soll dich schon sexy anglänzen. Und der war nicht so suppig, also wenn man das auf dem Teller hatte, floss nicht direkt danach so eine rote Brühe weg, sondern das klebt tatsächlich alles an dem Rotkohl. Ja, es ist das Ganze. Du willst ein saftiges Gemüse haben, aber du willst wie ein Rahmwiesingen. Du willst ja auch nicht, dass beim Rahmwiesingen dir die ganze Brühe da rumläuft, sondern du willst ein Fest nicht, aber das soll schön um das Gemüse drum liegen. Vor allen Dingen, wir haben ja auch nochmal extra Soße. Und wenn dann das Ganze da rumsuppt, dann sieht der Teller aus wie Sau. Das ist das Erste, was für das Restaurant halt doof ist und zu Hause ist es vielleicht vernachlässigbar. Und das nächste Problem ist, wenn das so eine wässrige, von der Konsistenz her wässrige Soße ist, die klebt halt nicht an der Krokette. Und du willst ja nicht deine Krokette komplett zermanschen, um die Soße zu binden. Du willst halt, dass die Soße an der Krokette klebt. Und deshalb haben wir halt auch unsere Soße abgebunden. Und auch den Rotkohl. Ja. Das war's, ne? Oder? Das war sehr lecker. Koch das alle nach. Am besten. Ja. Am besten sofort. Ja. Fahr mit dem Auto rechts ran und dann einfach ganz so kochen. Genau. Wir haben das Beste doch noch vergessen, Mensch. Ja. Ja. Die Entenbrust. Die Ente. Ach ja. Ja, das war ja noch was. Also ich muss auch wirklich ohne Flachs sagen, ich hätte auf Rotkohl und Ente verzichten können. Aber Soße und Krokette. Krokette und Soße, das war an der Gesendung. Das war, das ist das Beste. Ja. Das Fleisch war aber auch top. Also du hattest ja vorhin gesagt, dass du das überstehende Fett abgeschnitten hast. Und dadurch war halt auf dem, auf dem Entenstück wirklich nur oben drauf mit einem schmalen Rand, sage ich jetzt mal. Also so um das Fleisch drumherum war so vielleicht ein halber Zentimeter Rand, wo kein Fett war. Und dann war so eine schöne, kompakte, feste Kruste oben drauf. Da stand nichts über, was irgendwie wabbelig ist. Es war echt. Ja, es war die Haut, ne? Wir haben das am, am Rand, da wo es gewölbt ist, haben wir es weggeschnitten. Dann, einfach weil das der Teil ist, wo sehr viel, eine sehr dicke Schicht ist, die nachher auch kaum Kontakt zum Boden der Pfanne kriegt und dementsprechend schlecht ausbrät. So und dann hast du es nachher im Mund und kaufst darauf rum und das ist wabbelig wie ein alter Kaugummi. Geschmacklich, vielleicht salzig, aber dann hast du da auch dieses halb ausgelassene Fett und das ist, das will man nicht. Ich habe früher auch gedacht, warum soll ich denn das Fett wegschneiden, so bescheuert. Aber du willst das nicht drauf haben, weil das ist halt kein Genuss. Und alles, was nachher unten am Pfannenboden aufliegt, das wird halt auch schön knusprig, kriegt eine tolle Farbe. Das will man haben. Aber was für eine Entenbrust haben wir denn überhaupt genommen? Die Tiefkühl-Barberie-Entenbrust des örtlichen Marktes. Genau, Barberie-Entenbrust. Kennst du Barberie-Entenbrust? Also eine Sache, die ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, wenn man im Restaurant eine Barberie-Entenbrust bestellt. Wenn es die gibt, dann steht auch auf der Karte, dass es Barberie-Entenbrust ist. Die wird immer standardmäßig rosa serviert. Ja, also Medium im Endeffekt. Ich habe das mal gehabt, da habe ich für einen Kegelclub in einer Stadt unweit von hier gekocht. Wir haben, ich glaube das war das Weihnachtsmenü für die drei Gänge, alles super, bis auf der Hauptgang. War ja nicht durch, ne? Ja, da haben zwei Leute für den Club bestellt, haben Barberie-Entenbrust bestellt. Und mein Pech war, ich habe die da vorher auch noch nicht großartig gemacht. Ich habe die serviert, ohne sie aufzuschneiden. Und zieht sie nach, oder was? Ne, das ist doof, du kannst die mit deinem Besteck am Ganzen halt echt schlecht schneiden. Das willst du nicht. Die dünnen Scheiben schneiden, kein Ding. Aber in so eine Brust rein schneiden ist halt doof. Und der nächste Nachteil ist, die Brüste sind ja, das ist ja direkt außer Natur, das ist ja kein konfirmiertes, also nicht irgendwie auf Konfektion gebrachtes Lebensmittel. Die sind halt unterschiedlich, ein bisschen unterschiedlich in der Beschaffenheit, ein bisschen unterschiedlich in der Größe. Das heißt, wenn du die auf Zeit gast, hast du natürlich unterschiedliche Ergebnisse. Am besten kannst du das kontrollieren, wenn du sie schön auf Drangen schneidest. Davon abgesehen sieht es natürlich toller aus. Ist für den Gast auch einfacher zu essen. So, und jetzt waren da, ich sag mal, zwei bis vier Stück, wirklich zu hoh. Nichtsdestotrotz war der komplette Club der Meinung, seine Endbrust zurückzugeben, irgendwie fast 30 Portionen, die ich dann alle irgendwie nacharbeiten musste. Und, äh, also ich bin, ich saß nachher heulend im Biergarten, ich war komplett fertig. Das haben die mir ein ganzes Jahr lang noch vorgehalten. Also, Barbara Endbrust, ich kenne auch, oder ich hab Chefs gehabt, die waren vor Gericht mit den Gastgebern, weil sie meinten, nein, Barbara Endbrust, die war ja roh, das bezahle ich nicht. Die war aber nicht roh, die wird halt wirklich rosa serviert. Ist natürlich auch schlecht, auf sowas muss man im Beratungsgespräch auch immer hinweisen, habe ich dann auch immer gemacht, danach, klar. Und, äh, wie gesagt, aufschneiden, und dann hast du diese Probleme nicht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Wir waren dabei, dass es Barbara Endbrust ist, und dann wolltest du erzählen. Genau, im Gegensatz zum Beispiel im China-Restaurant, da ist die ja nicht rosa. Ja, die ist halt komplett durchgegart. Ich weiß nicht, was die für Brüste nehmen, wir nehmen halt Barbara Endbrust nochmal, oder ich hab halt immer Barbara Endbrust genommen, die ist rosa, ist das typisches Essen, das muss man da einmal wissen. Man kann die natürlich auch durchbraten, kann man aber auch mit dem Steak machen, und das ist halt nicht so toll, ne, dann wird's im Zweifel halt zäh. So, wir haben die geputzt, also das heißt, das überstehende Fett abgeschnitten, dann haben wir die Haut eingeritzt, genau, ne, war eine depressive Endbrust. Oh Gott. Eine Emo-Endbrust. Eine Emo, genau. Es war kein Emu, eine Emo-Ent. Warum haben wir das denn gemacht? Damit die sich nicht verzieht beim Braten, weil dann würde sich ja was zusammenziehen oder auseinanderziehen, und dann wölbt die sich vielleicht, und so hat sie halt Dehnungsfugen, sag ich jetzt mal. Ein Punkt, noch ein. Sieht schick aus. Ja. Macht's auch leichter zu essen, weil du nicht durch so eine an für sich geschlossene Haut durchbeißen musst. Ich sag mal, ein Krustenbaden kannst du auch nicht essen, wenn das nicht ordentlich reingeschnitten ist oben. Klar, dass es sich nicht verzieht, und vor allen Dingen auch, dass das Fett da leichter rausbricht, weil wir wollen nicht das Fett essen. Genau, die Fläche ist da größer, ja. Genau, natürlich ist da, ja, nicht nur die Fläche ist größer, du hast halt auch einfach mehr Austrittsmöglichkeiten für das Fett. Ja, ja, genau. Und wir haben es halt nur der Länge nach eingeschnitten, weil wir wollen ja eigentlich Rauten haben, aber wir schneiden es ja eh nach auftranchen, also können wir uns das beim Braten sparen. Gewölbt hat es sich dann auch nicht großartig. Und wölben ist halt doof, weil wenn sich das unten dann an der Haut zusammenzieht, das heißt, du hast, ja, wie ein umgedrehtes U, würde die dann in der Pfanne liegen, dann kriegst du die Haut halt auch nicht schön knusprig. Und das Fleisch gart nicht gleichmäßig, dann ist alles, also das ist der Untergang des Abendbrotlandes. Das ist aber erst mal nur auf der Hautseite gebraten. Ja, kommen wir vielleicht gerade erst noch zum Würzen, bevor wir dann zum Anbraten kommen. Salz haben wir genommen, und zwar grobes Mühlensalz. Warum haben wir das gemacht? Damit es nachher so Knusperstückchen gibt. Also, nehme ich mal an. Das war sehr gut beim Essen. Es ist halt nicht einfach nur salzig, sondern man hat ab und zu mal so einen Salzgeschmacks-Piek plötzlich im Mund und denkt, oh, cool, hat irgendwas geknuspert, und dann hat man so ein kleines Salzbröckchen gebissen, so wie bei einer Salzbrinsel. Ja, genau. Es ist nicht zu salzig, weil das halt ein grobkörniges Salz ist. Das löst sich nicht so schnell auf der Zunge auf wie zu viel von dem fein gemahlenen Rieselsalz. Und dadurch wird das Essen einfach interessanter, weil es nicht alles gleich schmeckt. Das ist übrigens auch nochmal so ein Punkt. Wir schneiden die Entenbrusthaut ein, damit da halt auch Gewürze oder Kräuter oder in diesem Fall halt einfach auch nur das Salz reinkommt. Wir haben es nicht gepfeffert. Ich finde, Pfeffer muss da nicht, weil die Entenbrust schmeckt so schon sehr geil. Und Pfeffer, finde ich, verfälscht das da einfach. Und ist vor allem eventuell auch problematisch beim Braten. Ja, dann musst du es vielleicht nachher machen. Dann kann ich es genauso gut weglassen. Du sagtest ja schon, wir haben die Entenbrust dann erst auf der Haut angebraten, ne? Genau, mit ein bisschen Öl in der Pfanne, damit die Unterseite halt besseren Kontakt hat zum Pfannenboden und die Hitze besser übertragen wird. Aber ansonsten, ja, löst sich das Fett ja dann halt auf, wenn man das auf der Hautseite bräht. Und dann hat man eigentlich genug Fett drin. Genau. Wir haben es, naja, nicht kurz. Also erstmal die Pfanne schön heiß gemacht. Das ist nicht einmal auf höchste Stufe, die Flamme. Und dann die Pfanne drauf und sobald sie rausgestellt ist und dann ein bisschen vorgeheizt, dass wirklich die ganze Pfanne alle für sich heiß ist. Damit wir möglichst keinen Temperaturabfall haben, wenn die kühle Entenbrust reinkommt. Die habe ich übrigens auch schon eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank genommen. Einfach, dass sie nicht mehr ganz so kalt ist. Dann verliert die Pfanne nicht so viel Energie. Und das Ganze grad gleichmäßiger kommt nicht in diesen Kochprozess, den man auf keinen Fall bei sowas haben will, weil das Fleisch dann halt trocken und zäh wird, die Haut wird nicht wirklich knusprig. Ja, und dann in den Ofen geschoben. Also ich habe erstmal in einer Gusseisenpfanne angebraten. Ein bisschen länger, als ich es normalerweise zum Beispiel bei einem Steak auf der einen Seite machen würde, bevor ich es drehe. Dafür aber nicht ganz so heiß. Also anstatt auf Stufe sieben, auf Stufe sechs. Schön mit der Haut nach unten. Und dann, du siehst, du musst halt mal gucken, drehst das Ding kurz um und dann siehst du ja, wie sieht die Haut aus. Ist sie schon schön braun? Also sie soll wirklich schön krossbraun sein. Ist das Fleisch außen noch grau? Da kriegt das auch schon Farbe. Das soll auch schon ein bisschen Farbe kriegen. Und dann haben wir es bei 160 Grad in den Ofen geschoben. Am besten unten auf dem Boden, bei Unter- und Oberhitze, dass von unten schön die Hitze kommt und das Fleisch nicht so viel Hitze abbekommt. Und ich habe das zwar nachher nochmal umgedreht, weil zum Schluss willst du halt die Hautseite oben haben, damit sie nicht in der Feuchtigkeit liegt. Idealerweise hätte man das dann vielleicht nochmal kurz mit Oberhitze machen können, dass die noch ein bisschen krosser wird. Aber ich war damit so schon ganz zufrieden. Und dann gast du die halt so durch, dass sie noch ein bisschen Farbe innen drin hat. Also die darf nicht ganz grau sein, dann wird es einfach wie ein Stick. Es wird halt trocken. Wer drauf steht, esst lieber eine Hähnchenbrust. Die kann man durchbraten, ohne dass es trocken komplett wird. Aber so eine Entenbrust trocken durchgebraten ist halt echt nichts Schönes. Dann zwischendurch habe ich das Fett. Sobald da Fett drin war, hat er in den Rotkohl gekippt. Den Saft, der nachher angefallen ist, ist halt schön mit in die Soße. Und dann machen wir das Essen eigentlich fertig. Zeitlich kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie lange die Entenbrust drin war. Also das fühlt man am besten, indem man sie zusammendrückt. Und am besten nach dem Anbraten gleich schon mal guckt, wie fühlt sie sich jetzt an. Damit man so ein Gefühl dafür entwickelt, wie sich Fleisch in verschiedenen Garstadien anfühlt. Man kann da mit Sicherheit auch mit einem Kernthermometer arbeiten. Ich habe zwar eins da, aber ich habe es bis jetzt immer mit Gefühl hingekriegt. Und ich weiß ehrlich gesagt die Temperatur, die Kerntemperatur nicht aus dem Kopf. Und der Vorteil ist, wenn du es anschneidest und du siehst, ah, das ist noch ein bisschen sehr roh. Dann schiebst du die Entenbrust halt schön zusammen, dass die rosa Stellen nicht an der Luft sind, sage ich mal. Weil das sieht dann nachher sehr komisch aus, wenn die dann nochmal so nachgarten. Schiebst du nochmal in den Ofen, 160 Grad ist eine milde Hitze, das gart nicht zu schnell. Das zieht schön langsam. Die Entenbrust bleibt dadurch auch zart und saftig. Und die war auf keinen Fall trocken heute. Und dann kannst du es da nochmal nachgarten lassen und kannst es nachher schön auf den Teller auffächern und servieren. Wir haben gar kein Foto gemacht, fällt mir gerade auf, von einem fertigen Gericht. War mal zu schnell. War halt sehr lecker. War ein bisschen gierig. Und wir haben viel zu wenig Kroketten gemacht. Also wenn ihr plant, für x Leute Kroketten zu machen, verdoppelt die Zahl danach nochmal. Und dann macht ihr nochmal 10 mehr. Und Entenbrust. Heute hatten wir vier Entenbrüste. Also es waren zwei Packungen. Genau. Ich glaube jeweils so 600. 600 noch was gaben. Das ist so das, was wir noch im Supermarkt in der TK-The gekriegt. Genau. Genau, da sind zwei drin. Und wir haben zu 1, 2, 3, 4, 5, 5 und halb. Also ein Kind war dabei. Also sagen wir mal zu fünft. Ja, also haben wir die vier Dinger locker weg. Wir hätten da locker zu sechst von essen können. Wir sind gute Esser. Wir haben ja heute auch dann keinen Mittag gegessen und so. Aber da kannst du locker mit sechs Leuten von essen. Und allein deswegen ist das Aufschneiden auch schon schön. Weil du kannst halt das schön aufteilen, dass wenn du gerade, wenn du so ein Tellergericht machen willst oder auch auf eine Platte. Ja, es kann sich jeder was davon nehmen. Wenn du jedem eine ganze Entenbrust auf den Teller legst, da kommst du halt nicht mit vier Stück für sechs bis acht Leute aus. Das hast du halt nicht genug. Ja. Ich würde fast sagen, wir sind schon am Ende der Sendung. Da machen wir dann den Schnitt. Genau. Ich habe Edit gedrückt. Ja, kommen wir zum Rausschmeißer, ne? Mhm. Das war es erstmal mit dem Kulinar-Cast. Tschüss. Für dies Jahr. Achso. Mal gucken. Wir machen bestimmt nochmal wieder. Ja, wenn uns was einfällt. Vielleicht mal wieder hier bin oder so. So wie wir Bock haben. Genau. So wie es sich ergibt. Genau. So und jetzt löten wir uns noch ein. Jawohl. Wir trinken nämlich jetzt Grüße nach Hamburg zu Jörg Mayer. Einen sogenannten Sour Cocktail mit einem Birnen-Schnaps. Eigentlich nimmt man dazu den Moorbirne-Sauer. Aber Moorbirne haben wir jetzt nicht da. Gab es nicht im örtlichen Supermarkt. Deshalb haben wir ganz normalen Williams-Birnen-Schnaps. Den mischen wir gleich mit Zitronensaft und Rohrzuckersirup und schön auf Eis und dann jam, jam, jam. Mir fällt gerade auf, dass Oliver noch gar kein... Doch. Kurz mit deiner Mutter hast du eine Geschichte. Aber sonst hast du immer Geschichten erzählt. Hast du nicht noch eine Geschichte? Ich habe keine Geschichten. Es passiert ja nichts mehr. In der ganzen Sommerpause ist nichts passiert. Hast du keine Geschichte mit dem Thema Birne? Mit dem Thema Birne? Nee. Spontan. Wir haben ja auch nicht eine Sommerpause. Wir haben ja eine Sommerpause gemacht. Und so was ich heute durchstehen musste, ist es nicht zu beschreiben. Udo hat heute irgendwie, ich weiß nicht, schlechte Wortspielwitze gewählt. Die waren nicht schlecht. Erzähl mal ein paar. Ich erinnere mich an den Torwart. Was macht der Torwart, wenn er mal muss? Er geht auf Toilette. Wobei, was ich ganz gut fand, war draußen nur Fässchen. Ja, der ist ein Klassiker. Und was sich beim Kochen so ergeben hat, also nochmal zum Rotkohl, man nimmt ja Essig. Was nimmt man, wenn man nicht so viel Essig nehmen soll? Weniger. Oh Gott. Neue Kategorie. Kochflachwitze beim Kulinarik. Wir könnten das auf die Gourmetmeile verkaufen. Ja, also, ich dachte, die kommen von der Gourmetmeile. Ja. Da werden auch immer, das ist immer ein Alleinunterhalter, der dann halt zwischendurch ein paar Witze über den Lautsprecher gibt. Naja, der fühlt sich auch alleine ganz gut unterhalten, glaube ich. Das ist aber schon so jetzt kultig, weil das macht er schon seit ein paar Jahren. Naja, Helge Schneider hat Niveau, das, ich glaube, wir sollten aufhören. Ja, wir fasern aus. Wir fasern? Fasern. Das heißt man doch. Ich will jetzt auch gerne einen Cocktail haben. Genau. Also. Udo Sauer macht einen Sauer. Das ist auch, also diese Anspielung, das ist super. Es ist einfach nicht auszuhalten. Und du trinkst eine Menge. Was? Du trinkst eine Menge Alkohol. Menge. Nee, nee, nein, der war nicht mal schlecht. K und G, komm. Nein, 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 Sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und kocht euch was Schönes. Hey, das ist dein Spruch. Hallo, geht's noch? Ich hab dich in der Sendung schon so oft gehört, dass ich das mitspreche. Udo macht heute den Rausch. Udo sag ich schon. Olli. Olli. Was soll ich sagen? Macht den Rauschmeißer. Der Rauschmeißer? Wie geht der? Weiß ich nicht mehr. Ja, macht's gut und kocht euch was Schönes. Genau. Tschüss. Hab ich eben gehört. Ciao. Tschüss. Warum hört der nicht auf? Weil ich noch nicht stoppgedrückt habe.